Hallo, ich möchte in den Hessischen Landtag, weil ich mich da für bessere Lebensverhältnisse auf dem Lande einsetzen möchte. Dazu zählt einmal ein gut getakteter ÖPNV zum Nulltarif, zweitens eine wohnortnahe medizinische Versorgung für alle auf dem Lande und drittens eine soziale ökologische Agrarwende, die dafür sorgt, dass Nahrungsmittel antibiotikafrei sind und frei von chemischen Rückständen zu fairen, erschwinglichen Preisen für alle und für ein gutes und gesichertes Einkommen für die Bauern.